So, wir sind hier im CrossFit Cologne und Benni und ich machen jetzt eine kleine Pull-Up-Challenge. Aber wir bleiben sauber. Was meinst du denn mit sauber? Das ist schon klar, aber was meinst du mit sauber? Ein Kipping, schon klar. Nicht wie die anderen im CrossFit. Ich mache jetzt Butterflies mit 36 Kilo Zusatzgewicht. 5-6-bis. 10-6-bis. 10-6-bis. 10-7-bis. 10-8-mis. Ja, also ich habe 36, 3, Benni hat 3,5. Ja, wie schön das ist. Da hast du Technik, oder? Das ist immer so Kinn vor. Das war der Pull-Up-Challenge-Test, jetzt mache ich nochmal Chill-Ups, mal gucken, was geht. Ja, Leute, das war der 3RM-Test mit Benni von Smartgames und mir, Johannes Keller. Checkt seinen Kanal, checkt meinen Kanal, checkt Tysons Kanal, der Mann hinter der Kamera sozusagen. Und ja, bis bald, haut rein. Ciao.